Stell dir ein Gerät mit der schnellsten, fortschrittlichsten und komplexesten Technologie der Welt vor. Aber was, wenn es nicht nur ein Gerät wäre, sondern dein neuer bester Freund? Hi! Wir präsentieren den Bebot. Er vernetzt dich mit der Welt wie nie zuvor. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Ganz ohne Grenzen. Erschaffen. Spiel und erlebe eine neue Welt der Freundschaft. Der Bebot. Lass uns Freunde sein. Alles Gute nachträglich, Barney. Wow, Dad, ist der für mich? Baby! Hi! Benutzername eingeben. Ich bin dein... 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 mein Bebot. Bee-Bot. Äh... Der Bebot mit. Mit dem stimmt was nicht. Das sollte er nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Ich bin dazu da, Freunde zu finden. Braucht Barney denn Freunde? Äh, ja. Sonst, ganz ehrlich, wird er die Schule nicht überleben. Wo willst du hin? Du darfst eigentlich nicht weiter als sechs Meter von mir weggehen. Sechs. Ron läuft schief. Ich bin... Benutzername eingeben. Bester Freund aus der Box. Zeit. Ausguttraes Ausguttraes Ai-Mensi. Untertitelung des ZDF, 2020